Eigentlich die Vielfalt der Angebote. Man lernt hier wahnsinnig viele neue Leute auch kennen. Man kann die Kontakte zu Leuten, die man bereits kennt, nochmal vertiefen und wieder aufnehmen. Und man bekommt viele neue Anregungen über Asset-Ideen, die man bisher vielleicht nicht hatte. Emerging Market Debt, Senior Secured Loans sind so Dinge, über die wir uns hier informiert haben, wo wir dann auch später investiert haben. Also jetzt weniger die Mainstream-Geschichten, sage ich ganz ehrlich, wie Aktienfonds. Es sind mehr so die Dinge am Rande, die wir hier kennengelernt haben, wo wir dann auch investiert haben. Also bei den Gruppen, da kann man eben Themen, die man hat, nochmal intensivieren und eben nochmal nachfragen. Und ich finde das auch angenehmer, ich persönlich eben in Gruppengesprächen als in den größeren Veranstaltungen, weil ich da eigentlich diese speziellen Fragen eigentlich immer störend finde. Insofern schätze ich sehr diese Gruppengespräche und Einzelgespräche, weil man dann nicht sich irgendwie produzieren muss vor den anderen. Und ich meine, es sind oft so spezielle Fragen, die die anderen auch oft langweilen. Da kann ich ganz kurz sagen, das ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Und ich fühle mich hier wohl und das ganze Ambiente stimmt eigentlich. Dass man eben vor allen Dingen eben diese Möglichkeit, in kurzer Zeit so viele Kollegen zu treffen und auch eben so viele Anbieter zu treffen. Also das ist wirklich eine gelungene Veranstaltung. Sonst wären wir nicht, glaube ich, bin das vierte oder fünfte Mal hier. Dann geht's.